Ich bin, wie gesagt, Politikwissenschaftler, also habe jetzt keinen technischen Hintergrund, deswegen bitte sein Siegnetik, wenn ich mit der Technik das eine oder andere nicht so hundertprozentig genau hinbringe. Und das liegt auch daran, dass ich in das Thema mehr oder weniger wirklich reingestolpert bin vor ein paar Jahren. Wir machen viel mit Wahldaten, wir machen viel mit Wahlforschung und auch mit sonstigen Umfragedaten und so weiter. Und ich war sehr unzufrieden, dass wir immer Powerpoints bauen und präsentieren und habe damals was gesucht, wie man das anders machen könnte und bin dann auf D3 gekommen. Das ist das, wer es nie kennt, das ist der JavaScript Library, die es seit ein paar Jahren gibt, die es sehr gut darin ist, Daten mit HTML-Elementen irgendwie zu verknüpfen. Und die Idee ist, wenn es bei den Daten was ändert, dann ändert sich bei dem Element was. Also die Farbe, die Größe, die Form oder ähnliches. Und da bin ich dann eingestolpert und irgendwie dort bicken geblieben und ja, kommen immer wieder neue Ideen raus und immer wieder, da ich immer noch mit Wahlen zu tun habe, sehe ich mich gezwungen, bei jeder neuen Wahl mir wieder irgendwas zu überlegen oder was auszuprobieren oder ich sehe wieder mal irgendwo was anderes, weil man denkt, das könnte man vielleicht auch umlegen oder mal verwenden. Und dann gibt es wieder mal Daten, die plötzlich frei werden oder die veröffentlicht werden, mit denen könnte man was machen und so bin ich daher gekommen und da irgendwie auch bicken geblieben. Ich möchte jetzt einfach ein paar Beispiele zeigen von Sachen, die ich bisher gemacht habe, ein paar Sachen, vielleicht ein paar Aspekte von Wahldaten in Österreich kurz ansprechen, mit denen man konfrontiert ist, wenn man das Ganze visualisieren will und vielleicht auch ein paar Sachen zeigen, die offensichtlich falsch gemacht haben und halt vielleicht anders machen wird. Und würde einmal zunächst einfach anfangen mit der Frage, warum man das macht, mit der Library zum Beispiel, einfach nur ein paar Beispiele zeigen. Übrigens die spannendste Frage für mich ist heute, ob das auf dem Format irgendwie halbwegs gut ausschaut, was bei mir daheim ganz gut funktioniert, aber schauen wir mal. Warum man sowas macht, ist, weil man relativ einfach solche Sachen produzieren kann. Das ist von der Bundespräsidentenwahl 2016. Es war eine tolle Zeit, super in Sachen Daten, wirklich da konnte man viel machen. Und das ist nichts anderes als eine Darstellung des Ergebnisses der Schusswahl, Grün, Van der Bellen, Blau, Warhofer, wie es ausgegangen ist, wissen wir alle. Und so ein sogenannter Circle-Packing, wo man alle Ergebnisse quasi auf allen politischen Ebenen zusammenfassen konnte. Auf Bund, Bundesländer, Bezirksgemeinde und sogar Sprengel-Ebene. Und mir hat das damals recht gut gefallen, wo ich das in anderen Kontexten sehen habe und habe versucht, das für so viele Daten umzulegen und war dann recht zufrieden. Über Geschmack kann man dann immer natürlich streiten, ob das nett ausschaut oder nicht. Mir hat es ganz gut gefallen, vor allem fast wahnsinnig viele Informationen, auch sehr eng im Raum zusammen natürlich. Wenn man sich das Gesamtwahlen hat, wie es bei den Bundesländern unterschiedlich ist, wie vielleicht die Größe der Bezirke variiert und was das für Auswirkungen haben kann, wenn das dann grün oder blau ist. Anderes Beispiel, auch wieder eine Wahl, EU-Wahl 2019. Balkendiagramme an sich super, das Beste. Kann man ganz viel machen, aber man kann halt auch solche Sachen relativ einfach umsetzen. Das heißt, wie ich gelernt habe, Sunburst-Chart. Und das war der Versuch zu zeigen, die Fraktionen im Europäischen Parlament, die vielleicht nicht jedem so bekannt sind und so vertraut sind, wie setzen sie sich eigentlich zusammen, woher kommen die Abgeordneten dieser einzelnen Fraktionen. Teil von unserer Arbeit in der Firma ist auch politische Bildung, daher kommt es auch. Zum Beispiel die Volkspartei hat man halt dann einfach hauptsächlich aus Deutschland gespeist gehabt damals oder die Sozialdemokraten aus Großbritannien und Spanien. Auch eine Sache, die man sicher auch mit anderen Tools machen kann. Wahrscheinlich weiß ich nur, wie es mit D3 geht. Letztes Beispiel noch, warum man sowas macht. Kann auch sowas sein. Das war Wählerstudium, da gibt es Senke-Diagramme, aber Wählerstudium könnte man auch so darstellen. Das war von der Nationalratswahl 2017 zur EU-Wahl 2019. Der Versuch zu zeigen, wie diese Wählerinnen, die nicht bei ihrer Partei geblieben sind, einfach gewechselt sind. Und das sind so ein bisschen meine Motivationen, warum ich das Ganze mit D3 mache. Jetzt ist natürlich eine Sache, politische Daten umzusetzen, weil es hübsch ausschaut. Oder war ja ein bisschen falsch. Aber man kann natürlich auch überlegen, ob es ein bisschen einen T-Sorien-Sinn hat, ohne jetzt ganz moralisch zu werden, aber vielleicht auch einen analytischen Sinn. Oder vielleicht kann man gewisse Sachen aufzeigen, damit die auch eine inhaltliche Aussage haben, jenseits von dem, dass es vielleicht auch noch ganz nett ausschaut. Das ist von der Nationalratswahl 2017. Und da muss ich ganz kurz ausfohlen. Bis 2017 war die Datenlage zur Wahldaten in Österreich relativ verkehr. Sagen wir es mal so. Heißt, das Innenministerium hat eigentlich nicht viel hergegeben, außer die Ergebnissdaten. Und damals, 2017, haben sie angefangen, mehr herzugeben, auch in anderen Formaten. Und unter anderem haben sie so eine Art Running Total hergeben, also den Auszählungsstand am Wahlabend. Das ist unglaublich langweilig, weil der AFA-Hochrechnung um 17 Uhr zum Wahlschluss macht und dann weiß man, wie es ausgegangen ist, auf Plus, Minus, 1, irgendwas Prozentpunkte und meistens sehr genau. Das heißt, das Running Total, also wie zählen die Gemeinden aus, bis 17 Uhr, bis 18 Uhr, bis 19 Uhr und so weiter, ist nicht wirklich spannend, von dem her, wie es ausgeht. Aber was ganz interessant ist, ist sich anzuschauen, zu welchem Auszählungszeitpunkt das eigentlich wie ausgegangen wäre. Und das war der Versuch, das darzustellen. Also um 17 Uhr war Wahlschluss und um 17 Uhr war es damals tatsächlich so, dass die ÖVP bei 36 Prozent lag, die FPÖ bei 29 und die SPÖ bei 22, 23 ungefähr. Und daran hat sich dann auch noch was geändert. Und warum hat sich da was geändert? Weil natürlich die Gemeinden, die um 17 Uhr schon ausgezählt sind, vor allem eins gemeinsam, sind sehr klein. Und da wird schnell gezählt. Also überall gibt es ganz viele fleißige Menschen, die auszählen am Wahltag. Aber es geht natürlich schneller, wenn man nur 100 Stimmen auszuzählen hat, als wenn man nur 1.000 Stimmen auszuzählen hat. Und im Verlauf des Abends entwickelt sich das dann. Und so in halb Stunden Schritten war dieses Timestamp dann gesetzt. Und die Visualisierung war einfach der Versuch, das zu zeigen, wie sich das entwickelt hat. Dann kam eben mit Salzburg die erste Stadt. Dann kommen die ersten Ergebnisse aus Graz und Wien, Klagenfurt, Linz. Innsbruck ist endlich da. Man glaubt es nicht. Wien ist komplett. Und man sieht schon, es hat sich relativ viel geändert. Also aus dem breiten Spread ist irgendwie ein kleinerer geworden, was vor allem für den zweiten und dritten Platz damals sehr relevant war. Und letzten Endes hatte man dann beim vorläufigen Endergebnis inklusive Wahlkarten tatsächlich auch noch einmal diesen Dreher drinnen, dass die SPÖ auf Platz 2 war. Und das meine ich eben, dass man was darstellen kann, was vielleicht ganz nett ausschaut, was auch nicht zum Anschauen ist, aber was auch ein bisschen weitergeht. Und vielleicht auch was aussieht über politische Landschaft, über Wahlverhalten oder ähnliches. Spätestens seit der Bundespräsidentenwahl gibt es die Diskussion irgendwie dieser Stadt-Landkluft. Und zumindest mit dem Auszeichnungsgrad kann man es irgendwie skizzieren. Eine meiner großen Schwächen ist, dass ich meistens nicht mit einer Grafik selber zufrieden bin, sondern immer mir vorstelle, ich muss jetzt mindestens noch ein zweites, wenn nicht noch ein drittes Chart der Zukunft. Und auch so da. Also einmal ein Line-Chart und dann halt irgendwie gestapelte Balken und dann auch noch eine Landkarte, um das Ganze halt ein bisschen einordnenbar zu machen. Ich denke, was eine ganz gute Sache ist bei Wahldaten, ist, wenn man versucht, eine gewisse Referenz herzustellen, einen Bezugspunkt, sei es geografisch, dass man weiß, wo geht man gerade um, oder sei es eben auch im Verhältnis zwischen Land und Stadt. Ich mache jetzt einen kleinen Schritt zurück und möchte zu einem der Punkte ansprechen, der immer so ein Aha-Erlebnis ist, wenn man wieder was mit Wahldaten, vor allem auf Gemeindeebene macht, und man wirft sie in irgendwas hinein. Und dann schaut man, wo es rauskommt und freut sich, und dann hat man immer ein ähnliches Bild. Sie werden gleich verstehen, oder ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Das ist nämlich einfach ein Spezifikum von Österreich. Wenn ich als Politikwissenschaftler spreche, dann ist ein super Tool oder ein super Grafiktyper Scatterplot, oder? Strahdiagramm. Dass man irgendwie zwei Variable zusammenhängen kann und sagen kann, hängen die irgendwie zusammen, zumindest visuell irgendwie. Und ich habe das Beispiel jetzt gebracht mit dem Auszählungsgrad. Man könnte sich das auch überlegen in so einem Scatterplot und sagen, okay, unten haben wir die Wahlberechtigten, also sei kleine Gemeinden links, sei große Gemeinden rechts, je nachdem wo man jetzt sitzt und wo man drauf schaut. Und auf der Y-Aktie den Stimmenanteil für eine Partei. Ich habe das ganz grob jetzt einmal für heute für so einen Scatterplot irgendwie dargestellt. Und das schaut halt so aus. Und sie stellen sich jetzt nicht vor, wie ich daheim von meinem Bildschirm sitze, ich freue mich irgendwie keine Fehlermeldungen mehr und dann schaut das so aus. Und dann kam ja genau Wien war das wieder. Also das ist einfach ein Problem, unter Anführungszeichen, das man bei Wahldaten immer hat in Österreich, wenn man runter geht von der Bundeslandebene, auf Bezirken und dann vor allem auf Gemeindeebene. Wien ist halt einfach so groß und so anders als alle anderen Gemeinden in Österreich. Und das ist dann ein gewisses Problem für die Darstellung. Jetzt können wir natürlich sagen, wir tun Wien weg und dann haben wir Graz. Also das macht es uns viel besser. Tun wir Graz weg, ja, und dann haben wir Linz. Tun wir Linz weg, dann haben wir Salzburg, tun wir Salzburg weg, haben wir Innsbruck. Sie verstehen, worauf ich hinaus will, also es bleibt schwierig. Ich habe es mir jetzt noch angeschaut von der letzten Nationalratswahl. Wir haben ungefähr 2100 Gemeinden in Österreich. Schätzungen, wie viele von den Gemeinden mehr als 5000 Wahlberechtigte haben. 500? Das sind gleich 172. Also ganz, ganz viele Gemeinden sind klein und sehr klein. Und das macht sowas dann natürlich schwierig. Wie man damit umgehen kann, ist auch nichts, was ich immer ausgedacht habe. Aber was ganz gut immer funktioniert, ist so halt eine musklinäre Zahlung. Also das ist ein ähnliches Ketterplot wie vorher, da in einem Stimmenanteil für Van der Bellen damals. Und da zahlt er auch der Wahlberechtigten wieder. Aber das ist nicht mehr linear, weil Sie sehen, da sind wir bei 500 und da sind wir bei einer Million. Das verzeiht das Ganze. Macht aber sehr viel deutlicher nachvollziehbar und zeigt irgendwie auch den Zusammenhang. Vielleicht kann man sich vorstellen, dass da irgendwie gerade irgendwie ganz gut passt. Das war auch wieder was zur Bundespräsidentenwahl 2016. Das war, wie gesagt, eine sehr gute Zeit. Und das ist etwas, was man mit Wahldaten, denke ich, auch ganz gut machen kann. Vor allem im Webbrowser, weil man einfach Interaktivität hat. Das heißt, man muss sich nicht unbedingt darauf beschränken, irgendwie was Statisches darzustellen. Man kann was Interaktives machen. Und man kann Leuten die Möglichkeit geben, wenn ich sage Leuten, dann meine ich hauptsächlich immer im Knie, weil ich es oft auch für meine Arbeit brauche und Sachen nachschlagen möchte. Man kann Leuten Möglichkeiten geben, so ein bisschen zu interagieren mit dem Ganzen. Und das war der Versuch damals durch die Kombination von drei Elementen eigentlich. Von einem Ketterplot, von einer Landkarte und von einer Liste, die jetzt vielleicht grafisch nicht so viel hermacht, aber vielleicht ganz praktisch auch zum Nachschlagen ist. Und die Idee war einfach, das Ketterplot gibt mir irgendwie ein gutes Overall-Picture, irgendwie wie es so ausschaut. Aber ich habe dann immer irgendwelche Ausreißer und dann will ich eigentlich wissen, was ist das da für ein Ausreißer. Dann kann ich schauen, das war Kaunertal. Tiroler im Raum. Perfekt. Alle anderen wären mit Kaunertal vielleicht vor der Bundesrepublik, wo ich noch nie zu viel anfangen können, haben oder auch doch. Ich möchte mir irgendwas unterstellen. Aber dann kann man sich halt anschauen, okay, Kaunertal liegt halt da. Und dann kann man sich auch noch anschauen, okay, Kaunertal liegt da. Das war gereiht nach der Zahl der Wahlberechnigten damals die 1957 größte oder auch kleinste Gemeinde. Und was ich mit Interaktivität meine, ist, man kann die Möglichkeit schaffen, dass man ein bisschen mit den Daten spielt und ein bisschen genauer hineinschaut. Zum Beispiel sich eben dann das Ganze nach dem Ergebnis von Van der Bellen da anzuschauen. dann haben wir es so, aber nehmen wir zum Beispiel einmal Erster Wahlgang und Van der Bellen. Dann sieht man, dass das halt damals auch schon der Fall war, dass Kaunertal auch da schon sehr weit vorne war. Wenn man da ein bisschen spielt, dann sieht man zum Beispiel, dass es da, wenn ich es triff, Spiss gibt. Und Spiss ist echt in der Nähe vom Kaunertal. Und Spiss war echt eine extrem schlechte Gemeinde für Van der Bellen. Also man kann sich nicht vorstellen, was da passiert ist, zwischen den geografisch sehr nahen, aber durch die Berge natürlich auch getrennt. Also worauf will ich hinaus, man kann damit einfach spielen und Leuten die Möglichkeit geben, ein bisschen das auszufinden. Das, den Leuten die Möglichkeit geben, das auszufinden, heißt natürlich auch, dass man selber ein bisschen faul ist, nämlich das bin ich auch, indem man nämlich nicht viel erklären will, was dann da jetzt eigentlich alles wichtig ist und welche Gemeinden genau man jetzt beschreiben soll, also die Beschriftungen sich einfach sparen. Das ist sicher eine meiner großen Schwächen auch, dass alles, was sie macht, die Beschriftungen kommen ganz am Schluss und sie sind meist viel genüsam oder sie sind einfach technisch oft einmal ein bisschen schwierig, weil sie sollen ja gut ausschauen und gut platziert sein. Sie sollen inhaltlich Sinn machen. Es braucht einfach Zeit. Alles braucht Zeit und jedes Detail braucht Zeit und Zeit ist das, was wir nicht wirklich haben. Dabei machen Beschriftungen so vieles so viel besser. Ein anderes Beispiel, das ist so etwas Halbinternes, was bei uns mitläuft, das ist einfach eine Zusammenhang von höchstlichen Umfragedaten, die Sonntagsfrage. Mittlerweile seit 2006. Neubau macht es super und besser mittlerweile alles, aber ich habe es trotzdem immer noch aktualisiert, weil es ganz praktisch ist, eben wie gesagt. Und das ist jetzt vom Verlauf her ganz nett, oder? Man sieht die S-Böse, ich habe da mal das ansteigende S-Böse und den Abschluss. Aber in dem Moment, wo ich mir so etwas wie die Ereignisse dazuschalte, macht es halt einfach so viel mehr Sinn. Und plötzlich sieht man halt zum Beispiel, dass vor kurzem ÖVP-Obmann-Modell das rausgegangen ist. Aber auch mit der Länge ohne ÖVP-Obmann-Modell das rausgegangen ist. Oder man kann es sich im Standard von der Gründung bis zum Untergang anschauen. Oder auch den Tod von der Alkaida und des BZÖ, wie das dann ausgegangen ist. Das heißt, alles was man beschriften kann, auch meine Aufforderung an alle, die solche Visualisierung machen, natürlich beschriften, beschriften, beschriften. Das macht so vieles einfach besser und klarer und hilft einfach sehr in der Einordnung von dem Ganzen. Das Beispiel habe ich auch deswegen noch mitgebracht, weil es auch etwas anderes noch ganz gut zeigt. Sie sehen schon wieder, ich brauche noch ein zweites Chart und es bringt dazu. Ich habe eigentlich nichts ausgelastet. Dieses kleine Balkendiagramm hier unten zeigt einfach das Ergebnis der jeweiligen Umfrage und ein paar Eckdaten. Das zeigt aber noch etwas anderes und das ist auch etwas, was glaube ich recht gut ist, wenn man versucht zu inkludieren mit diesen kleinen Linien, das sind Referenzpunkte. Und die Referenzpunkte, vielleicht anders ausgedrückt, ist das jetzt eine gute Umfrage oder das ist eine schlechte Umfrage für Parteien. Der Zeitverlag zeigt an, aber eigentlich die harte Währung, die relevant ist für die Parteien, sind die Wahlergebnisse. Und damit wäre jetzt zum Beispiel momentan der Referenzpunkt die Nationalratswahl 2019. Und wenn man es sich anschaut, wie es so nach der Wahl ausschaut, so die letzten Umfragen, dann sieht man, dass die ÖV in dem Bereich ungefähr bleibt. Für die SPÖ schaut es nicht so gut aus, FPÖ und NEOS ist okay, hat sich nicht so viel getan und Grüne schaut ganz gut aus. Aber man kann sich als den Referenzpunkt auch dann an dem sich orientieren und sich anschauen, wie es zum Beispiel vor 2006 ausgeschaut hat. Und dann sieht man, dass damals die ÖV genauso in diesem Bereich schon war. Ich würde sagen, nicht so wie ein Pilz, aber es ist durchaus so, dass sich gewisse Sachen wiederfinden. Für die SPÖ hat es damals ein bisschen besser ausgeschaut. Ein Thema für einen ganz eigenen Abend ist natürlich schwankungsbreite Ungenauigkeiten. Wäre super, wenn man da viel mehr dazu machen täte. Ja, das war damals so versucht, irgendwie ein bisschen zu umreißen, ganz groß. Da sieht man dann, dass es ein großes Kuddelmuddel ist und es wird undeutlich und ich denke, dass es visuell genau das richtige ist, wenn es undeutlich wird und der Kuddelmuddel, dass man irgendwie schmitteln kann. Es ist einfach ein Kuddelmuddel und man weiß nicht, was da wirklich dabei rauskommt. Gut. Jetzt zeige ich Ihnen noch etwas anderes. Eine weitere Möglichkeit, wenn man irgendwie mit so Beschriftungen so faul ist wie ich. Was man auch machen kann, ist, man kann sowas wie einen Stepper oder einen Scrolling machen. Also eine Folge, eine Abfolge von verschiedenen Grafiken und Visualisierungen. Das zwingt einen dann dazu, zu jeder irgendeine Kleinigkeit zu schreiben und man kann aber einzelne Elemente sehr gut rausholen und dann auch beschreiben und zeigen, was aus zumindest der ganz subjektiven Sicht jetzt da relevant ist. für die Tiroler im Raum. Das ist für die Landtagswahl in Tirol 2018 gewesen. Eine Aufstellung einfach einmal der Wahlen und der Wahlergebnisse und dann eine Aufarbeitung des Ganzen. Und ich gehe das jetzt schnell durch und sage dazu ein paar Punkte, die wo man mittlerweile denkt, das war nicht so schick vielleicht oder wo man andererseits denkt, das ist vielleicht gar keine so blöde Idee gewesen. Womit ich meistens anfangen, ist wirklich eine historische Aufarbeitung wiederum um so ein Referenzpunkt zu geben. Also ist etwas viel, ist etwas wenig. Ich darf daran, dass ich wie vor Jahren angefangen habe, die Wahldatenbank aufzubauen und mittlerweile ganz gut Zugriff auf diese Wahldaten habe. Und es ist relativ leicht zum Ausspielen dann auch. Und normalerweise hätte ich gesagt, da müsste man eigentlich ein Liniendiagramm machen und damals musste ich offensichtlich ein Problem gehabt haben, in persönlicher Natur, warum ich kein Liniendiagramm gemacht habe. Und die mir eingebildet habe, ich muss so Small Multiples machen. Also irgendwie so viele kleine Elemente, die die einzelnen Wahlen zeigen. Und das ist eigentlich ziemlich schwierig nachzupollziehen, wie Sie jetzt die ÖVP denken. Ist schon klar, irgendwie da ist mehr als da, aber der genaue Unterschied ist irgendwie schwierig. Und ein Grund, warum ich das so gemacht habe, wird man dann gleich sehen. Und ein anderer Grund war, ich wollte halt einfach die Ergebnisse einzelner Wahlen so besser darstellen und leichter vergleichbar machen. Damals habe ich mir gedacht, das wäre klick. Ich mache bei jeder Wahl ein Plus und ein Minus. Das heißt dann, die Partei habe von der letzten Wahl gewonnen oder verloren. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand verstanden hat außer mir. Und ich finde auch mittlerweile, dass das keine gute Idee war. Aber ja, war halt der Versuch damals. Ja, und dann kann man versuchen, so einzelne Punkte herauszuholen. Wie gesagt, Beschriftungen. Dank Stack Overflow habe ich damals so auf Hand gezeichnete Kreise irgendwie zum Laufen gebracht, was irgendwie als Kontrast mir ganz gut gepasst hat dazu. Und jetzt wird es wahrscheinlich klarer, warum ich versucht habe, das damals ein bisschen Small Multiples zu zeigen, weil ich dann die Elemente gehabt habe, die ja für das nächste Bild quasi verwendet werden konnten. Diese Scrollies bringe ich mir irgendwann noch ins Grab, weil sie irgendwie recht aufwendig sind, weil man auch da und zurück gehen muss. Aber vor allem auch, weil ich irgendwie immer immer denke, wenn man es schon macht, dann wäre es cool, wenn man irgendwie fließende Übergänge hat und die Elemente, die man hat, gleich wieder weiterverwendet. Und nicht so quasi, wie es hier schon von Bild zu Bild zu Bild geht. Und das macht es dann immer ein bisschen aufwendiger. Leidiges Thema auch immer bei Wahlen sind die Wahlkarten. Die werden auf Gemeindeebene in Österreich nicht ausgezählt. Das heißt, alle Gemeindeergebnisse, die man immer aufbildet, sind ohne Wahlkarten. Das heißt, man muss versuchen, sie irgendwo unterzubringen. Damals habe ich halt versucht, das da oben in diesen Balken reinzupacken und damit zu zeigen, wie sich das mit den Wahlkarten irgendwie entwickelt hat und das für unterschiedliche Parteien. So, das war dann der Versuch irgendwie zu zeigen, was in Tirol halbwegs relevant ist, wo die großen Gemeinden, die durchschnittlichen Gemeinden, die abweichenden Gemeinden, die stark abweichenden Gemeinden sind, was man halt so für geschickt haltet. Und dann habe ich damals versucht, irgendwie einen Zusammenhang herzustellen zwischen der Seehöhe von einer Gemeinde und dem Wahlergebnis. Aber vor allem habe ich versucht, oder war das irgendwie so ein Versuch, irgendwie uns Ketterblock auch wieder einzubauen, aber irgendwie visuell auch zu erklären, was damit gemeint ist. Und was meine ich damit? Das war der Versuch irgendwie, es durch Animation aufzuteilen. Zunächst einmal die eine Dimension zu zeigen, das Parteiergebnis, in dem Fall von der ÖVP, und dann erst in einem nächsten Schritt zu zeigen, okay, und jetzt fahren wir nach oben quasi in die zweite Aktie, dann schaut das Ganze so aus. Also den Zusammenhang gibt es natürlich. Klar, das ist die Beile wie eine Einfluss. Ja, und das war dann halt das Ergebnis für ÖVP. Die Seehöhe, als Detail denke ich ganz klar, dass man die in dem Fall auch der Y-Achse braucht. Das ist, glaube ich, auch schlüssig, dass man das so gemacht hat, und dann konnte man das halt auch für andere Parteien sich noch anschauen. So, ich sehe, ich habe meine Zeit schon gleich aufgebraucht. Deswegen möchte ich jetzt eigentlich nur mal einen kleinen Punkt mitgeben. Das ist diese Landkarte noch. Das ist von der Nationalratswahl 2019 wieder für Sieger pro Gemeinde. Und das ist eine Landkarte, die Ihnen wahrscheinlich ziemlich vertraut ist, weil sie auch medial viel verwendet wird. Und ich habe auch sehr viele solche Landkarten immer gemacht. Und es ist auch sehr verlockend. Und Geografie, geografische Darstellungen mit Daten sind immer super, weil Karten, also vor allem für Nicht-Geografen, wenn das mal funktioniert, und man kann jetzt die Landkarte zeigen. Super. Und es ist natürlich sehr problematisch, das so zu machen. Und was meine ich damit? Die ÖVP hat ohne Wahlkarten damals 38% der Stimmung gemacht. Visuell hat sie 92% von Österreich gewonnen, laut der Karte. Die SPÖ, oder machen wir gleich die SPÖ, ist abgestürzt, zwar auf 17%, hat einmal nicht einmal 1% da. Und die Grünen, wo ich sagen würde, die können zumindest als zweiter Sieger der damaligen Wahl gelten, haben überhaupt keine Gemeinde gewonnen. Die kommen da grafisch jetzt gar nicht vor. Also ich rede jetzt da nur vom visuellen Eindruck und nur von dem, was das Bild vielleicht vermitteln kann. Ich hoffe, dass es jedem natürlich klar ist, dass das nur die Oberfläche kratzt. Und vor allem bei unserem Wahlsystem, das wir haben, nämlich die Verhältniswahl, das natürlich ziemlich irrelevant ist, weil eine Gemeinde gewinnt, weil die Stimmen ja dahinter auch nicht verloren gehen. Das ist ja nicht im amerikanischen System, oder auch bei der Bundespräsidentenwahl, wo das vielleicht relevanter und aussagekräftiger ist. Sondern man könnte sich vorstellen, eine Partei gewinnt alles und eine Partei liegt 0,01 Prozentpunkte hinter der Partei, dann wäre es im Ergebnis trotzdem extrem klar. Was kann man machen, oder was kann man versuchen damit zu machen? Eine Geschichte, die die Leute von Ausdruck auf gemacht haben, so toll, ist diese KZ-Karte zu machen, vor allem für die Bundespräsidentenwahl. Funktioniert dann ein bisschen besser, ist aber bei Nationalratswahlen einfach wirklich schwierig, weil die rechten Verhältnisse einfach trotzdem noch so schwierig bleiben. Also der visuelle Eindruck ist einfach von so Karten extrem stark, denke ich, und ist fast ein bisschen wie die Faust aufs Auge. Deswegen würde ich vorschlagen, in solchen Fällen vielleicht sogar etwas ganz anderes zu probieren, und das mit einer Bubble Map oder Punktecount oder so zu machen. Das stimmt natürlich auch mit der Fläche und Ähnlichem gar nicht überein, aber es nimmt diesen visuellen Hacken quasi weg, dass eine Partei so alles dominieren würde und zeigt ein bisschen mehr auf, wie unterschiedlich oder nicht unterschiedlich das Ganze ist, wo es eben sehr viele kleine Gemeinden gibt, wie das Ganze so auftritt. So, ich höre jetzt gleich auf, ich zeige Ihnen ein letztes Beispiel noch, was mir nämlich auch, denke ich, wofür sich D3 auch ganz gut eignet, ist nämlich es zu kombinieren mit anderen Sachen. Das sind auch wieder Gemeinderergebnisse von Nationalratswahlen, in dem Fall die jeweils, ich glaube, fünf besten Gemeinden pro Nationalratswahl seit 1945 in der Parteifragung irgendwie dargestellt. Und Sie sehen schon, es war im Grunde der Anspruch da jetzt hundertprozentig exakt zu sein, um eher irgendwie das grafisch ein bisschen anders aufzubereiten. Das verwendet das RuffJS, das ist auch so eine Library, das irgendwie sehr handgezeichnete SCG-Pfade erzeugen kann. Und verwendet auf der einen Seite eben D3, um das ganze Datenmanagement zu machen, um die ganze Geografie und das alles zu berechnen und die Gruppen zu bilden und macht dann mit dem anderen die grafische Darstellung. Also da kann man es ganz gut kombinieren. Und was sich immer auszahlt, ist eben dann so aus Details Trends abzuleiten, weil wenn man sich zum Beispiel anschaut, wo es so Gemeinden gibt, wo die sonstigen Listen, also Listen, die nicht in den Nationalratskommen sind, über 10 Prozentpunkte gemacht haben, dann sind diese ganzen Einzelteile wieder Geschichten für sich, glaube ich, die man dann wieder beschriften soll. Also 2013 zum Beispiel das BZÖ oder 2008 die Liste Ginkhaus in Tirol waren dann auch so Beispiele, wo offensichtlich viel passiert ist, aber es hat dann doch nicht gereicht. Okay. Letzter technischer Punkt, weil mir das momentan gerade umtreibt und dann höre ich auf. Was man auch machen kann und was man jetzt gerade umtreibt, ist das mit WebGL zu kombinieren. Da gibt es ein paar sehr schöne Tutorials im Internet mittlerweile, also ich verstehe davon tatsächlich sehr wenig, aber irgendwie bringt das dann doch zum Laufen. Das sind alle Ortschaften in Österreich laut Statistik Austria. Da sind wir jetzt im Bereich 17.000 Punkte, eingefärbt nach Bundesländern. Und mir ist nichts Besseres eingefallen, als das irgendwie zu filtern nach dem Anfangsbuchstaben. Also wenn Sie wissen wollten zum Beispiel, ob es eine Ortschaft mit X gibt in Österreich, die gibt es. Das ist eine Xaverität. Oder wo sich Y rumtreibt, tatsächlich Niederösterreich. Das ist alles mit Y und Mischportal. Und damit könnte man dann natürlich spielen. Man könnte jetzt diese Orte zu ihren Gemeinden irgendwie zusammen kombinieren lassen und das irgendwie skalieren. Und das läuft dann einfach sehr flüssig. Also da ist man dann irgendwie mit anderen Sachen so wie SG ziemlich am Ende. Aber das funktioniert ganz gut. Man könnte es natürlich auch als so ein Force-Layout irgendwie dann darstellen und das ganze Klaster nach Anfangsbuchstaben. Um dann endlich zu wissen, was irgendwie der Buchstabe ist, wo es die meisten Ortschaft gibt. So ist es tatsächlich S. Hat irgendjemand eine Idee, worum das S ist? Sankt. Das wäre jetzt meine Vermutung. Also es hat ganz viele Jahre mit Sankt und Sankt. Ja. Also das wird irgendwann einmal hoffentlich was, was noch Sinn macht. Und ja. Für den Moment danke mal für die Aufmerksamkeit. Danke. pipelines! Applaus Applaus